Und dann los, dann fahr fort. So, genau. Mal grad sagen. Giesse rein und schmieden. Jawoll. Warte mal, ich muss noch kurz was gucken. Wow. Das hatten wir aber gestern nicht. Jetzt hab ich bemerkt. Ach doch. Oh, jetzt hab ich die Kiste mitgenommen. Egal. Ja, das hatten wir das letzte Mal auch. Gestern. Das geht auch normalerweise relativ schnell. Eigentlich ja. Ähm, du rechts, ich links wieder. Boah. Ach so, gleich wieder bei mir die Kisten genommen. Äh, genommen mal. Hä? Du bist grad links, wollte ich dir nur sagen. Ja. Ich hab jetzt bei dir eine Kiste genommen. Ja, ja. Habe ich gesehen. In der Mitte stellen wir uns beide hin und aus und das machen wir erstmal so halb safe, oder? Jo. Würde ich auch sagen. Jo. Jo. So. Ähm. Ich hab 80 und 40. Ähm. Ich hab 80. Ähm. Bauen wir zwei hier hin und dann ist Ruhe im Schiff. Ich glaub ich mach hier. Da von ein. Und dann hier von ein. Ja, jöt. Sowieso alles weg. Jo. Also ich komm dann zur Mitte. Jo. Ich komm hinterher. Ich würd sagen. Können wir schon anfangen, ne? Ah, ich hab gedrückt. Wunderbar. Ja. Na, kommt her. Ich fau sie erstmal weg. Ja, ich hab natürlich gleich wieder Pfeil abgegriffen, weil du mir grad geblockt hast. So. Wow. Da stand er direkt hinter mir, der Sack. So, die anderen zwei haben's auch gepackt. Die Eingänge, die sind leer. Ja, dann passt's. Ja, wenn du Schiff gedrückt hältst, ist ja die Karte. Ja, ne, das weiß ich. Okay, das hab ich mir gemerkt. Da kannst du auch immer gucken, wie's aussieht. Da siehst du nämlich auch die Monster drauf. Hm. Und da kommt... Na nu, was ist denn los? Ah, da kommt noch einer. Rechts. Oder mehrere. Ja, natürlich. Ach ne, stimmt, da sind hier mehrere. Da ist ja noch nicht vorbei. Warte, ich komm. Sorry. Ich hab daran grad nicht gedacht. Ah, jetzt ist sie vorbei. Ja, ja. Ja. Wuhu. Ja. Ah, Entschuldigung für das Nase hoch schniefen, etc. Weil... Hier ist ein Stab für dich. Ich bin ein bisschen erkältet. Jawoll. Hol ich mir gleich. Und nen Helm? Das ist nicht schlecht. Ja, den kannst du nehmen, wenn du ihn haben willst. Wenn ihr haust, ne dir ins Inventar. Äh, na, ich hab doch nen guten Helm. Dann nimm da mit. Ja, na, jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich weg. Dann nimm du ne jetzt. Okay, wo ist das? Da unten. Ja, genau. Natürlich auf der ganz anderen Seite. Oh, fuck. Jetzt kommt hier wieder kein Update, ne? Oh, da ist was grünes. Zack. Oh, hau ein drittes Grad hin. Der Helm blinkt grün und meint, er ist besser als mein anderer. Und es ist er auch. Gott. Der Schnapp ist nichts. Nimmst du so, denke ich an dich. Ähm... Ja, ich hab jetzt drei Räder zu stehen bei mir. Das langt da erstmal. 148. Ja, ich glaub, ich weiß, was ich mach, ne? Ich guck hier so nen Achter hin. Wann mal. 40. Wann mal, lass mich mal rechts und links so nen Rad hin. Dann haben wir hier nicht mehr so viel. Und hier noch nen Sechster hin. Zack. Zack, siehst du? Jetzt haben wir einmal einen Feuerturm und ein Magiegeschoss. Dann können wir in die Mitte nachher noch so ne Armbrust rein oder so. Jo. Wegen mir können wir. Okay. Dann fangen wir los, ne? Der Ball hat gleich hinten in ne... Dings nein. Das war echt nicht. Alter, der Feuerturm ist so stark. Wow, bei mir hat's grad mächtig geleckt. Ich lass noch mal zu dem Rad hingehen. Keine Schmerzen. Oh, ein Schwert. Bleib mal locken. Kann aber nix, oder? Ähm... Zum Teil kann's mehr. Ah, ja. Okay. So, die Leute... Ne, das rustet mal gleich aus. Das ist doch gar nicht so schlecht. Nächste Welle, beziehungsweise der nächste Teil der Welle. Wow, da stand ja noch einer. Haben wir... Ne, der steht noch drin, der kriegt keinen Schaden. Der stand eben direkt vor mir, den hab grad grad gar nicht gesehen, weil er so clean war. Ja. Welle beendet? Ja. Du... Was hab ich hier? Hab ich da? Der kann auch nix. Oh, Level 7. Nice. Jetzt kannst du so ein Ding geschützt bauen. Ja. Ja. Wie viel Mana habe ich. Ich glaube, es wird da reinpassen. Hier noch so ne... Oh, hier ist wieder ein Stab. Und Stiefel. Brauchst du Stiefel? Wie viel Angriff macht der Stab? 15. Ja. Pack ihn weg und verkaufen. Tchuuu. Deine letzte Kiste musst du noch nehmen? Ja, mach ich gleich. Weil ich will hier noch fix was hin basteln. Aber ich glaube, das wird gar nix, weil deins da steht. Nö. Ah, geil. Das wird sogar was. Hier ist ein Helm. Oh, ah. Okay. Wo ist ein Helm? Da hinten, wo die alte Kiste stand. Weißt du was? Ah. Irgendwie habe ich gerade hier mein Dings verändert. Wo waren das? Den View ändern. Äh, Mausrad drehen. Können wir da raus oder rein drehen? Ah ja. Wow. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Der ist besser. So, meine Kiste. Muss ich ihn holen. Jo, deine Kiste. Na, das sollte eigentlich kein Problem sein hier. Halt. Wir sind wieder Stiefel. Oh. Die sind besser. Die ziehe ich gleich an. So. Äh. Ja. Obwohl das hat eigentlich drüben aufgepasst. Ach, ich würde sagen, wir haben genug. Jetzt erstmal. Ähm. Vor allem für die zwei Seitengänge passt das. Da haben wir genug. Ich würde vor allem sagen, weil da kommt ja unten dann später der Ogre raus. Unten in der Mitte, ne? Ja. Dass wir uns da vor allem darauf konzentrieren. Ich habe da schon so zwei von den Feuertürmen hingepackt. Mhm. Kannst du noch eine Hapune daneben stellen? Ja, ich habe keinen Mana mehr. Achso, okay. Ich habe nur noch 16. Ich muss mal nächste Runde machen. Jo. Also los. Kampfphase. Das sind ja nur zwei Wellen, ne? Danach. Sein Turm hat aber auch nicht gerade gute Reichweite. Naja. Aber dafür macht er extrem viel Schaden. Boah. Alter. Mein Schwert ist ja fett. Boah. Der ging ja mal übelst ab. So. Da kommen ja noch welche, ne? Ja. Ey, das Schwert ist ja mal geil. Der ging ja mal eben übelst. Naja. Ahja, hier kommen sie wieder. Da. Bogenschütze. Hehehe. Geil. Die Armbrust einmal reingeknallt. Leiner down. Boah. Karte. Also der Feuerturm ist echt stark. Das schaut schlecht aus, dass ich hier was hingebaut kriege. Es macht doch nichts. Stell doch die hier hin. Ja. Reicht doch auch. Tja, wenn das mal gehen würde. Vorne. Ah, da. Ey, mein Schwert, das schleift sogar auf den Boden beim Laufen. So lange ist das. Also ich würde sagen, die Mitte ist gedeckt. Nächstes Schwert. Da werden wir wohl nicht verkacken. Ich meine, hier unten, da läuft sie auch. Ich muss die hier noch reparieren. Oh, die kann man nicht reparieren, das ist voll. Gut. Alter, wie viele Schwert. Oh, was ist denn das? Ein Katana. Ein Katana. Oh, das kannst du vergessen, das ist schlechter. Wird eingesammelt und verkauft. Oh, hier ist eins. Hier ist ein Katana für dich. Das zieht relativ gut, das macht 25 Schaden. Kleinen Moment. Leute, ich kann hier eine Strahlenlein erbauen. Wir haben unser Limit erreicht. Abwehinheiten, genau. Na ja, egal, dann lassen wir es so, oder? Hier ist noch ein Schwert. Ähm, da unten, äh, oben, oben. Also, ich habe, äh, 1560, ne? Ja, was, 65? Schwert. 15 Angriff? Hm. Ja, dann gehen wir nach links oben auf der Karte. Das Ding hat 25 Angriff. Das grüne, weil da blinkt, ne? Ja, ich glaube, das war grün. Oder ist grün. Bei dir zumindest. Mal, dass es ja für dich passt. So, repariert. Dann gehe ich mal rüber und repariere die letzte Blockade noch. Soweit es mir möglich ist, mit meinen 17 Mana. Gleich ausrüsten. Sogar ein Goldenes. Das passt sogar richtig zur Ausrüstung. Wunderbar. So, dann stellen wir uns in die Mitte, oder? Jo. Ich fange schon mal an. Oh, dann mach schon mal G. Ja, ich komme erst mal vor und dann drücke ich. Ja, drück jetzt schon. Ich meine, die brauchen eh drei Jahre. Oh, das leuchtet da echt so Neonfarben. Geil, ne? Ja. Passt richtig gut. Geil wieder hoch. Oh, ho, ho, ho. Einmal neu gehalten, Thema erledigt. Wah, jetzt kommen die Bomben. Nein, 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 nein. Der Krieg hat beide verpackt. Ja, ich habe verkackt. Was gerade ihr hört, beide. Oh, Mann. Das Problem ist, hier sind jetzt die Bomben auch wieder mitschüchen. Also, die Außenseiten sehen noch ganz gut aus. Oh, mein Mana ist voll. Ich verzieh mich mal, bevor er wieder die Bomben kommt. Jo. Oh, ich muss weg, ich muss weg. So bist du an einer Seite? Ne, ja doch. Hä, wieso nicht an der Seite? Loll. Egal. Jinkowski. Das sind ja gar keine Bomben mir jetzt gerade. Gerade nicht, nein. Alter. Die verteidigen wir an der Seite jetzt so stark. Wow. Nein. Boah, ich habe es rechtzeitig geschafft wegzukommen. Die machen so viel Schaden an den, äh, an den Blockaden hier, die sie zerstört. Meine Armbrust ist schon fast down. Ja, ich sehe es. Und das in der Mitte. Das reparieren wir schnell. Soweit es geht. Ich habe auch 160. Wir waren reparieren nochmal vier, ne? Vier, ja. Das machen wir hier. Aber. Stufenaufstieg, jawoll. Immer so vor dem, vor dem Ogre nochmal drei Punkte verteilen. Ja. Mundschaden. Bam. So. Ah, wie, welches Level brauche ich? Elf. Damit ich den Glicksdurm habe. Und jetzt nochmal nachher rum. Da kommt der Ogre jetzt raus, ne? Ja, deswegen repariere ich gleich nochmal. Jo. Bin auch gerade dabei. Warst du schneller als ich. Im Reparieren. Gelevelt, wa? Da unten sind Handschuhe. Ja. Naja. So, was haben wir da drüben noch? Ah ja, die kann ich noch reparieren hier. Zack. Wie war ein Level? Ach ne, ich habe ja eh keine 100. Ähm. Fünf. Ach so. Was für ein Arsch. Oh nix. Ah ja, genau, kann ich ja machen, ne? Boah, alter, wird hier immer einer rumliegt. Gib mir mal da. Na los, ja, mit euch. Da holen wir so ein bisschen was. Da holen wir so ein bisschen was. Oh nein. Man sollte, bevor man die Sachen sich ins Inventar steckt, mal anschauen, ob sie besser sind als die anderen. Ja, das habe ich eben auch gerade mit Stiefel gehabt. So, wo war das Ding jetzt? Boah, 6%. Geil. Ich werde jetzt mal meine, äh, Armbrust hier leveln. Ja, ich gebe das meinen, ähm, meinen Feuer-Termin. Jawohl. So, ich würde sagen, wir sind bereit. Ne, noch nicht. Noch nicht? Eine Kiste ist noch. Die hole ich jetzt. Oh, ich würde an der Seite, möchte ich mal die Dinger hier reparieren. Ich bin halt schon am Arsch hier. Oh, hier liegt noch eine Rüstung. Jawohl. Sind sie voll. Perfekt. Oh, Arschloch. Super, jetzt fehlen mir vier Mana. Nein. Warte, geh hoch und verkauf irgendwas. An der Schmiede. Wo sind die? Oder? Ach, nee, das bekommst du ja nicht her. Äh, das ist scheiße. Nur normalerweise kriegst du das nicht einfach so. Ich bin verkehrt gelaufen. Naja, na, egal. Egal, lass. Ja, sonst hättest du irgendwas vielleicht. Ach, scheiße. Letzte Welle, ne? Das war natürlich doof. Hättest du was gesagt, dann... Ja, egal. Ich bin noch ein Weg zur Mitte. Ja, letzte Welle mit Ogre. Mit Ogre. Also, ich guck immer mal wieder bei der Karte, ob die anderen Verteidigungen das aushalten. Ja, mach das. Dann bin ich mal gespannt. Allwegen wir können machen, ich hab schon gedrückt. Ach so. Ja. So, das Dumme ist natürlich, dass da, wo die fetten Verteidigungen sind, da hab ich aufgewertet. Aber an der, äh, linken Seite nicht. Super. Geh mal kurz links hin. Da steht nämlich schon mal ein Vieh hinter dem... Scheiße. Oh, ne, nicht. Also, links sieht noch ganz gut aus. Wenn der Ogre kommt, dann komme ich in die Mitte. Wusste ich gar nicht, dass man den Bein reparieren kann. Äh... Ich hab jetzt... Ach, warum? Naja, gut, der... Ober ist da. Ich werd noch schnell hier operieren. Wo soll er denn da? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wah, jetzt kommen wir über die Bomben hier. Ja, die Bomben kommt zu mir auch. Jawohl, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hier ist nix mehr. Scheiße, jetzt bin ich down. Geht zur Mitte. Wichtiger. Ich bin auf dem Weg. Der Ogre ist auch down, ne? Steht da down? Ja, der ist down. Da ist keiner. Okay. Dann brauche ich gar nicht mehr hinzukommen. Oh, der Walltum wurde zerstört. Oh, da laufen, da laufen Leute in Richtung Crystal. Ja, ich komm. Hau dir mal drauf. Mach's mehr sein. Ansonst fehlen nur noch drei. Davon, ne, zwei sind's noch. Ja, genau. Wunderbar, hab ich sofort. Ich komm nach. Bam. Bam, bam, bam. Uh, lass meinen Turm in Ruhe. Ach, nee, das war ein G. Los, Turm. Dann halt nicht. Mach's halt selber. Kriegst du heute noch? Nee, da muss ich erst vorbeikommen und das erledigen, oder was? Ja, genau. Super, super. Jawohl. So. Level Sieg. Hammer, geil. Boah, wieder drei Punkte. Ich hab' sechs. Nice. Angriffswarte. Hast du wieder 200 Mana zur Verfügung, Mensch? Da kann man sogar... Ja, beide Level 9. Wunderbar. In der Mitte ist nochmal zum Abholen. Jo. Außen, rechts auch noch. Oh, wie viel... Na, Mana, Mana, Mana. Komm her. Schuhe sind für den Arsch. Ein... Sauberstab, der ist für den Arsch. Ein Schwert, das ist auch für den Arsch. Das macht weniger Schaden. Ist ja gut, wenn du weißt, was der Geg... Äh, was der Gegner, sag ich schon. Was der Verbündete so für... Für Ausrüstung hat. Zumindest was die Waffe angeht. Ja. Oh. Hier ist mal ein geiler Stab. Jo. Aber der kann nix. Den kann man auch nur einmal aufwerten. Also das ist... Nee. Ja, ja, ja. Zack. Zeitiger Schmiede, Itembox. Und Geld holen. Ganz viel Geld holen. Mann, na, Mann. Da ist nix. Das kann ich hier. Item und sperren. Ich habe ihn gerade aus dem Schwert aufgenommen gehabt. Das war eigentlich richtig gut. Und da gebe ich mal hin. Nee. Also schon wieder drei Seiten eingesammelt. Ja, ich kann mal gucken, aber die Schwerte, die haben alle nur 15 angeschaut. Nee, gut, das ist doch nicht so gut. Nix, alles nix. Sondern alles verkaufen. Zack. Sag ich 6.100. Moana. Ah. Kann man mal fix. Paar Schuhe gewechselt. Jo. Ja, verkaufen. Jo, 5.700. Nice. Ey, ich habe jetzt hier eine Seite, nur gesperrte Sachen, ne? Naja, das wird wahrscheinlich das ganze Team Fortress 2 Zeug sein, was du mit Level 25 verwenden kannst. Mhm. Genau, Heavy Engineer, Medic Pyro. Dann habe ich einen Stufe 12 Stab, den ich benutzen möchte. Ah. Und die Abbage... Und die Portal dann halt. Ja. So, hättest du Lust, noch das dritte hinterher zu rauschen? Ich muss mich nur kurz strecken. Jawohl. Dafür ist immer Zeit. Oh Gott. Leu, leu, leu. Ich kann dich nicht zur Seite, würde ich nicht mehr mit. Nee. Ja, ist gut jetzt. Gesundheit 130 hast du. Wie habe ich denn? Äh, du hast... Hä? Wenn du drauf hältst. Ja, ach so hier. 280. So viel habe ich... Warte mal, E-Starte-Handel? Oh, hätte man das gewusst. Dann hätte ich dir vorhin 4 Mana gegeben. Egal, wir haben es auch so geschafft. Kann doch sein, dass das Mana dann zu dem Konto gepackt wird. Ja. So. Wuhu. Ja, Mann. Ich habe ein bisschen mehr Kills gemacht dazu. Na gut. Fahrer zum nächsten Level fort. Ja. Ja. Ja.